Moin Moin, hier ist Marc Maslow, dein Dranbleiben-Fitnesscoach von Marathonfitness.de und heute geht es um die spannende Frage, wie du bei Partys, wie du bei Festen oder wie du über die Feiertage schlank bleibst, ohne auf Genuss zu verzichten. Die Frage, die mir häufig gestellt wird, ist, kannst du an Heiligabend, kannst du an Silvester, Ostern, über Hochzeiten, wie auch immer, bei solchen Festen feiern, kannst du schlank bleiben, ohne auf Genuss zu verzichten? Und meine Antwort ist, absolut, das kannst du und vermutlich ist es leichter, als du denkst. Tja, aber es ist das große Problem mit Feiertagen, mit Festen, mit Partys und so weiter. Im Fitnesscoaching ist häufig eine der ersten Fragen, die ich stelle, die Frage, welches ist eine der größten Hürden auf deinem Weg zum Ziel, zu dem, was du möchtest, zu dem Körper, den du dir erschaffen möchtest. Meist bekomme ich eine der folgenden Antworten. Ja, ich weiß zwar, was ich tun sollte, aber irgendwie bekomme ich das nicht hin, es auch wirklich zu tun, wirklich dran zu bleiben. Mir fehlt manchmal die Motivation, mich aufzuraffen. Oder ich bekomme so eine Antwort wie, wenn ich eine Sache angefangen habe, dann höre ich nach ein, zwei oder drei Wochen wieder auf und bleibe nicht am Ball. Und das ist gerade ein Thema zum Jahresanfang, wenn viele Menschen sich gute Vorsätze machen, sagen, ja, jetzt gehe ich aber wirklich ins Fitnessstudio. Vielleicht nehmen sie sogar einen Partner mit und melden sich an. Und ich beobachte jedes Jahr wieder, Januar, Februar sind die Studios voll und danach geht es rasant nach unten mit den Zahlen der Anwesenden. Und ich glaube, viele geben einfach auf. Die Lösung sind neue, gesunde Gewohnheiten. Und zwar Gewohnheiten, die dir leicht fallen umzusetzen, auch dann, wenn die Sonne mal nicht scheint, wenn es draußen vielleicht dunkel ist und wenn das Wetter nicht so toll ist, so wie zum Beispiel im Winter, aber auch in einigen verregneten Sommern. Und es gibt eben einige Störfaktoren, die du berücksichtigen darfst. Schlechtes Wetter zum Beispiel, kürzere Tage, häufig auch einfach ein voller Terminplan. Und ich sage dir, wenn es dir ähnlich geht oder dir das bekannt vorkommt, dann bist du auch in guter Gesellschaft. Falls du früher gedacht hast, ach, ich setze das einfach später um, ich mache jetzt mal eine Pause, ich schaffe das alles nicht. Oder falls du dir früher mal gesagt hast, warum sollte ich gerade jetzt anfangen, jetzt passt es gerade nicht, nächste Woche ist doch viel besser. Meine Empfehlung an der Stelle ist, vergiss diese Gedanken, denn solche Gedanken sind wie dicke Sargnägel, die du in den Sarg deiner guten Fitnessgewohnheiten einschlägst und damit deinen Erfolg blockierst. Denn mit solchen Ausreden kannst du schlechtes Verhalten wunderbar vor dir selbst rechtfertigen. Zum Beispiel, weil gerade Weihnachten ist oder weil gerade Hochzeit ansteht, was auch immer. Und ehe du dich versiehst, bist du mit deinem Fitnesskonto tief in den roten Zahlen. Und dazu noch zu einem ziemlich schlechten Zinssatz. Und wie geht es dann weiter? Dann machen viele Menschen sich als nächstes selbst fertig, sagen, jetzt habe ich es nicht geschafft, stellen frustriert fest, wie viel sie zugenommen haben, wie faul sie waren und kompensieren das Ganze auch noch mit Süßigkeiten, um ihre Stimmung kurzfristig aufzuhellen. Na gut. Und ich sage dieses Mal nicht. Ich werde dir in diesem heutigen Podcast weder das Trinken verbieten, ich werde dir auch nicht verbieten, das zu essen, was du gerne genießen möchtest, was es vielleicht auch Festen gibt und du musst auch nicht aufs Feiern verzichten. Hey, ich möchte, dass du Spaß hast und das tust, was dir Freude im Leben bereitet. Und zwar mit den Menschen, die dir wichtig sind. Ich möchte, dass du exakt das tust, was du gerne möchtest, aber ohne deine Triebkraft zu verlieren und ohne deinen Schwung zu verlieren. Also die These ist folgende oder die Bitt ist folgende. Wir geben Vollgas und zwar für die nächsten zwei Monate. Tolles Beispiel finde ich ist immer die Weihnachtszeit. Ich habe vor einiger Zeit mal eine Umfrage recherchiert. Das war eine Umfrage eines Pharmaherstellers. Der hatte 1000 Erwachsene befragt. 2003 war das. Also die Frage war, haben sie über Weihnachten zugenommen? Und die Antwort, 40 Prozent der Befragten haben zugenommen und zwar bis zu fünf Kilo mehr. Ich vermute, es war keine Muskelmasse, die sie zugenommen haben. Und ja, das ist eben eine lange Zeit zwischen Weihnachten, dann die ganze Adventszeit, danach die Feiertage und Silvester und so weiter. Und da gibt es unzählige Versuchungen. Dann hörst du so Stimmen wie, ja in der Weihnachtszeit werde ich regelmäßig am Arbeitsplatz schwach. Kollegen bringen Süßigkeiten mit, Leckereien mit ins Büro und stellen sie dorthin, wo du sie sehen würdest. Oder Menschen sagen, für mich ist die Versuchung immer dann am größten, wenn die Familie zusammenkommt. Es liegen tonnenweise Snacks, Süßigkeiten und Leckereien bereit. Und wenn es mal langweilig wird, was bei einigen Familien ja häufiger vorzukommen scheint, dann werden die Süßigkeiten immer interessanter. Dann noch das Thema, ja, du wärst vielleicht zu Hause und würdest an den Feiertagsaktivitäten gerne teilnehmen. Und das bedeutet für viele mehr Festmahlzeiten mit Dessert und weniger Workout. Ich verspreche dir, dafür finden wir heute Lösungen. Und ich möchte zunächst einmal auf das M der Markformel eingehen. Das mentale Training. Und ich gebe dir vier Gedankentricks mit, wie du stressfrei dran bleibst, egal was passieren wird. Wenn du die folgenden Regeln beherzigst, dann fällt es dir leicht, mit der Energie von 1000 Weihnachtskerzen auf deinem Fitnesspfad zu bleiben. Denn damit behältst du deine guten Gewohnheiten auch in der Weihnachtszeit oder auch in anderen Festzeiten des Jahres bei. Und musst im Anschluss nicht nochmal neu anfangen. Regel Nummer 1. Jede Minute zählt. Das bedeutet, Schluss mit dem, oh, ich habe nur 30 Minuten Zeit. Das lohnt doch gar nicht. Ich sage dir, das lohnt doch. Weißt du, was du alles in einer halben Stunde erreichen kannst? Wie wäre es mit einem schnellen High-Intensity-Workout? Entweder draußen in der klaren Luft oder vielleicht auch drinnen nach Mark Lawrence Motto, you are your own gym. In 30 Minuten oder weniger kannst du immer ein gutes Ganzkörper-Workout einbauen. Verschiedene Möglichkeiten. Zum Beispiel, du trainierst in deinem Home-Gym. Da hättest du keine An- und Abfahrtszeit. Das würdest du schon mal sparen. Und damit gibt es auch gar keine Ausrede mehr. Mit einigen platzsparenden Tools kannst du deine Muskeln so richtig zum Brennen bringen. Und zwar noch besser als mit dem eigenen Körpergewicht, wenn du jetzt Handeln hast. Und du kannst natürlich auch mit dem Körpergewicht trainieren. Dazu komme ich gleich. Falls du Anregungen für deinen Home-Gym brauchst, dann bekommst du in den Shownotes auch Tipps für eine einfache Ausstattung für zu Hause. Das Ganze muss auch nicht teuer sein. Dann die zweite Übung. Die geht wirklich immer. Egal wo du bist, du trainierst mit deinem eigenen Körpergewicht. Und dort empfehle ich immer das Buch Fit ohne Geräte von Mark Lauren. Ein richtig klasse Buch mit verschiedensten Übungen, auch tollen Trainingsplänen. Zum Bodyweight-Training. Falls du dieses Buch noch nicht hast, großer Tipp, leg es dir zu. Du wirst es nicht bereuen. Und wenn du es etwas anspruchsvoller möchtest, dann kannst du dir auch einen Schlingentrainer, zum Beispiel ein TRX-Gerät, zulegen und mit der zugehörigen Trainings-App noch mehr für dich rausholen. Infos dazu auch in den Shownotes unter marathonfitness.de-podcast. Eine andere gute Möglichkeit ist einfach Kardiotraining. Im Marathon-Training hieß es bei uns früher immer, für weniger als 45 Minuten Laufen ziehen Marathonläufer sich nicht die Schuhe an. Das mag natürlich stimmen, aber hier geht es ja nicht ums Marathonlaufen, sondern es geht darum, dass du auch über Feiertage, auch wenn es mal eng wird zeitlich, dass du auch dann dran bleibst und nackt gut aussiehst. Und da reichen 30 Minuten wirklich immer. Also Schuhe angezogen, raus mit dir, auch bei Regen, auch morgens, auch vor dem Feiertagsfrühstück. Oder wie wäre es einfach mit zwei bis drei Sätzen Liegestützen, morgens nach dem Aufstehen. Das dauert maximal drei bis fünf Minuten und da gibt es dann wirklich keine Ausrede mehr. Liegestütze gehen immer. Alles, womit du deine Muskeln und deinen Kreislauf förderst, ist besser als nichts. Und sei es nur einige Minuten am Tag, denn der Punkt ist der, du möchtest gerne deine Gewohnheiten beibehalten. Deine Gewohnheiten halt regelmäßig was für deinen Körper zu tun. Regel Nummer zwei. Jede Mahlzeit zählt. Nur weil du vielleicht bei einem Frühstücksbuffet oder beim gemeinsamen Frühstück in der Familie ein paar Schokokroissants zu viel verdrückt hast, bedeutet das noch lange nicht, dass der ganze Tag verloren ist. Nur weil du vielleicht beim Nachmittagskaffee ein Stück Torte zu viel gegessen hast, heißt das noch lange nicht, dass du dir sagen kannst, gut, jetzt ist es eh egal. Denn der Punkt ist doch der, wenn du eine Mahlzeit gegessen hast, von der du wüsstest, okay, die hat dich vielleicht nicht näher an dein Ziel gebracht, dann hast du immer noch die Möglichkeit, danach zwei wirklich gute Mahlzeiten zu essen. Wenn du den süßen und fettigen Verlockungen nachgegeben hast, dann trinke anstelle flüssiger Kalorien anschließend einfach mehr Wasser, mehr Tee oder mehr Kaffee. Oder wenn du mittags und abends über die Stränge geschlagen hast, dann kannst du ja am nächsten Tag das Ganze wieder reinfahren. Zum Beispiel durch einen intelligenten Fastentag. Mit einem Ansatz wie intermittierendem Fasten, darauf werde ich in meinem Blog auch nochmal eingehen, oder du isst halt eher mehr Protein und mehr Rohkost anstelle von süßen Sachen. Sobald du mal zurückblickst und sagst, okay, die letzte Mahlzeit war vielleicht nicht so optimal, dann hacken dran und konzentrier dich auf die nächste Mahlzeit. Denn das wird die wichtigste Mahlzeit in deiner Woche sein. Von einer einzigen Mahlzeit nimmst du nicht zu. Den Zahn möchte ich dir ziehen. Ich möchte dich dazu bringen, dass du das Ganze auch genießt, dass du vielleicht bewusst die Entscheidung triffst, jawohl, ich genieße jetzt, ich esse hier mit meiner Familie oder mit meinen Freunden, ich feiere und danach bin ich wieder auf Kurs. Dazu komme ich auch später nochmal. Das ist nämlich ein ganz wichtiges Konzept, was ich auch im Coaching vermittle. Der Punkt ist der, du würdest nur dann zunehmen, wenn du nach einer nicht so optimalen Mahlzeit eine ganze Woche lang solche Mahlzeiten essen würdest. Also gönn dir ruhig eine Auszeit und genieße sie und dann schaust du wieder nach vorne. Regel Nummer 3. Stell dir ein Support-Team zusammen. Falls du die einzige Person in deiner Familie oder in deinem Bekanntenkreis sein solltest, die sich für einen gesunden Lifestyle interessiert oder der einzige Partygast bist bei einer Feier, der zwischendurch auch mal an die eigene Gesundheit denkst, dann können die nächsten Wochen ganz schön hart werden. Also zieh die Sache nicht alleine durch. Such dir jemanden, der dich in die Pflicht nimmt, den du jeden Tag anrufen kannst und dem du jeden Tag eine SMS schicken kannst oder eine WhatsApp. Wenn du willst, kannst du mir auch gerne jeden Tag eine Status-Message per Twitter senden. Meinen Twitter-Account kennst du ja über Marathon-Fitness.de. Hauptsache ist, du bleibst am Ball. Du wirst erstaunt sein, was eine einfache Textnachricht am Tag für dich ausmachen wird und wie leicht es dir auf einmal fällt, dran zu bleiben an deinem Ziel. Es kann schon sein, dass du ein paar verwunderte Blicke zugeworfen bekommst, aber genieße sie. Regel Nummer 4. Entscheide dich für Genuss und nackt gut aussehen. Viele denken, achtzunehmen ist über Weihnachten doch so gut wie unvermeidbar und würden damit dann wochenlanges über die Stränge schlagen, rechtfertigen, während sie das dritte Niederegger Marzipanbrot mit einem Schluck Sahnelikör hinunterspülen. Noch fataler wäre dann eine Einstellung wie, ha, jetzt wäre sowieso jeder Versuch hoffnungslos, um meine Fitness kümmere ich mich dann in einigen Wochen oder Monaten mal. Ich mag den Gedanken, dass du deine Erwartungen für die Zeit, wo Feiern anstehen, wo eine Ausnahmezeit ansteht, realistisch anpasst. Es gibt keinen Grund für dich, auf schöne Tage und viel Spaß zu verzichten, oder? Und es geht. Du kannst gesund leben und du kannst Spaß haben. Du musst nicht auf diesen schwerfälligen Zug aufspringen von den Menschen, die sagen, naja, das geht sowieso nicht, dabei fit zu bleiben. Das musst du nicht. So viel ist sicher. Dieser Zug wird angerollt kommen und du lässt ihn einfach vorbeifahren. Entscheide dich stattdessen dafür, dran zu bleiben und Spaß zu haben. Du findest eine Lösung und es ist eine Entscheidung, die du treffen darfst. Wie sieht denn ein gesunder Festtag aus? Wie würdest du so einen Tag gestalten, ohne auf Genuss zu verzichten? Nehmen wir mal als Beispiel Heiligabend. Wie würdest du gesund heilig Abend feiern, um ohne auf so Festtagsgenüsse wie ein großes Festmahl und Süßigkeiten zu verzichten? Ich sage dir, das geht. Wenn du mich persönlich fragst, ich ernähre mich an so Feiertagen wie Weihnachten nach dem 80-20-Prinzip. Das heißt, ich esse überwiegend gesund, 80% der Zeit oder der Weihnachtswoche, aber ohne dabei auf das zu verzichten, was einfach köstlich ist. Besonders, wenn meine Familie oder Freunde dabei sind. Und das sind die anderen 20%. Beispiel. Wenn du fünf bis sechs Tage dieser Woche Weihnachten, Silvestern und drumherum ausgewogen ist, dann kannst du an ein bis zwei Tagen auch mal fünfe gerade sein lassen. Das gilt übrigens nicht nur über Weihnachten, sondern auch ansonsten im Jahr. Natürlich kannst du das 80-20-Prinzip auch anders aufsplitten. Du kannst auch auf den Tag verteilen, dass du sagst, okay, 80% dessen, was ich am Tag esse, ist super. 20% ist vielleicht eher Ausnahme. Da gibt es individuell unterschiedliche Möglichkeiten und da darfst du auch ein bisschen ausprobieren, um rauszufinden, was für dich gut funktioniert. Der Punkt ist der in dem ganzen Kontext. Es ist völlig okay, wenn du an einem Tag wie Heiligabend, Ostern, Silvester, wie auch immer, einfach mal freinimmst. Wenn du über solche Feiertage dranbleiben willst, ohne auf Genuss zu verzichten, dann gebe ich dir nochmal fünf Erfolgsstrategien mit, die dir helfen werden, da wirklich dran zu bleiben. Punkt Nummer eins ist Fleisch, als würdest du für jedes Gramm bezahlt werden. Ich schränke das noch ein bisschen ein für die Vegetarier unter den Zuhörern. Ist Protein, als würdest du für jedes Gramm bezahlt werden. Fleisch, beziehungsweise Protein, Fisch, natürlich auch Milchprodukte und so weiter, sind deine Verbündeten beim Festmahl. Greif zu, als wäre es deine letzte Mahlzeit, ist mein Plädoyer hier. Denn je mehr Protein und gesunde Fette gehören auch dazu, du zu dir nimmst, desto weniger Platz bleibt in deinem Magen für Beilagen, die vielleicht suboptimal sind oder für Nachtisch, der deinen Fettspeicherhormon Insulin in ungeahnte Höhen schnellen lassen könnte. Punkt Nummer zwei. Gemüse, Gemüse, Gemüse. Spargel, Brokkoli, Blumenkohl, Bohnen, egal welches Gemüse auf den Tisch kommt, Gemüse sollte deinen Teller dominieren. Da kannst du wirklich hemmungslos zugreifen, so viel essen, wie du möchtest. Übrigens, Getreide wie Weizen, Roggen, Gerste, Mais und so weiter würde ich eher beschränken. Ebenso Brot, Kartoffeln, andere Stärke, Zucker und kohlenhydratreiche Beilagen, weil die machen dann eben den Unterschied aus. Die Folge der Gemüse-Dominanz auf deinem Teller ist, dein Körper schüttet nur kleinere Mengen an Insulin aus und Insulin würde halt die Türen zu deinen Fettzellen öffnen. Nur wenn du davon weniger ausschüttest, dann wird es auch extrem schwer dann zuzunehmen, gerade über so einen kurzen Zeitraum. Punkt Nummer drei. Wassermarsch. Egal was du zum Essen trinkst, bestell dir ein großes Glas Wasser dazu. Bevor du dir jetzt ein neues Glas Via, Wein oder vielleicht ein Cocktail gönnen würdest, trinkst du immer zwischendurch ein großes Wasserglas. That's it. Punkt Nummer vier. Spar dir die ungesunden Dinge bis zum Schluss auf. Leider sind so Beilagen wie Kroketten, Pasteten und falls es auch mal einen Truthahn geben sollte, da gibt es so richtig leckere Füllungen. Leider sind die unglaublich leicht vom Gewicht her, aber es sind fiese Kalorienbomben. Du kannst wirklich sehr viel davon essen, wenn du möchtest und würdest auch nicht satt werden, zumindest geht es mir so. Wenn du ein Thema damit hättest, nach kleineren Arten aufzuhören, das ist bei jedem Mensch anders, aber es gibt solche Menschen, dann würde ich dir empfehlen, spar dir diese Genüsse bis zuletzt auf. Ist einfach so viel von den gesunden Sachen, die dir helfen, bis du dich richtig satt fühlst. Übrigens meine ich das wirklich so, wie ich es gerade gesagt habe. Lass dich, isst dich wirklich nach Herzenslust an den leckeren, ordentlichen Sachen satt, also an Proteinen, an Gemüse und so weiter, bis du keinen Platz mehr in deinem Magen hast. Und dann gegen Ende der Mahlzeit würdest du dir etwas von den unordentlichen Dingen gönnen. Punkt Nummer 5. Am nächsten Tag bist du wieder auf Kurs. Der Punkt ist ja der. Dein Körper hat keine Ahnung, ob es Heiligabend, Silvester, Ostermontag oder gerade Hochzeit ist. Für deinen Körper ist es ein Tag wie jeder andere. Also behandle deinen Körper auch nach dieser Feier genauso wie an jedem anderen normalen Tag. An jedem anderen Tag, wo du dich gesund ernähren würdest. Stehe einfach am nächsten Tag auf, baue vor dem Frühstück vielleicht sogar ein kleines Workout ein. Vielleicht trainierst du mit dem eigenen Körpergewicht. Vielleicht gehst du eine Stunde, eine Runde joggen. Eine Stunde muss es gar nicht sein. Vielleicht machst du auch beides. Gönn dir ein Frühstück aus hochwertigen, frischen Zutaten. Und zieh dein Workout durch und tu alles das, was dich erfolgreich macht. Zum Abschluss der heutigen Folge gebe ich dir nochmal drei Tipps für Partys mit. Wie du auf Partys Spaß hast, ohne deine Figur zu ruinieren. Wir wissen alle, dass feuchtfröhliche Abende und Partys uns den Rest geben können. Und Hand aufs Herz, Gelegenheiten gibt es gerade über Feiertage doch genug dazu. Punkt Nummer 1. Liebe die 80-20-Regel. Auch hier ist das 80-20-Prinzip der goldene Mittelweg. Wenn du an einer Feier teilnehmen willst, mit Kollegen, mit Freunden oder in der Familie und jedes Mal Feuer frei sagst, wenn es um Essen und Trinken geht, dann nutze die Gelegenheit einfach an allen anderen Tagen, dich wirklich gut zu ernähren. Also keine Einmal-ist-keinmal-Philosophie, aus der dann vier- oder fünfmal werden. Achte an den normalen Tagen besonders auf dich. Nimm dir vor der Arbeit, wenn du ins Büro gehst, Zeit für ein gesundes Frühstück zum Beispiel. Nimm dir ein leckeres und gesundes Mittagessen mit ins Büro. Plane deine Mahlzeiten im Voraus. Das bringt wirklich viel, vorher zu planen. Plane dein Abendessen. Vielleicht nimmst du dir einfach auch die Zeit, etwas Einfaches zu kochen mal abends, was dich voranbringst und was du auch gerne isst. Und dann, wenn die Feier ansteht, wenn die Party ansteht, dann genießt du das, was da ist und worauf du gerade Lust hast. Empfehlung Nummer zwei, lösche den Begriff Cheat Day aus deinem Wortschatz. Und der Punkt ist mir wirklich wichtig. Viele nennen so einen Tag Cheat Day, einige nennen ihn Schummeltag. Manche sagen auch, es ist eine Schummelmahlzeit. Ich sage dir ganz ehrlich, ich bin kein Fan davon. Denn aus folgendem Grund, mit dem Wort Schummeln im Zusammenhang mit deinem Essverhalten stellst du einen Kontext her, als hättest du was Falsches oder Unmoralisches getan. Und viele Menschen fühlen sich danach dann einfach schuldig. Ich finde, das ist keine gute Idee. Ich glaube sogar, das ist nicht nur falsch, sondern ich glaube, es ist kontraproduktiv. Ich liebe zum Beispiel Ben & Jerry's oder Häggen das Eiscreme. Das steht ehrlich gesagt ein- bis zweimal pro Woche bei mir auf dem Speiseplan. Und in Gesellschaft trinke ich auch gerne mal ein Glas Rotwein. Fühle ich mich deswegen schuldig? Nein, tue ich nicht. Ich habe nämlich nicht geschummelt, sondern ich habe mich so ernährt, wie ich persönlich es für richtig halte und wie ich es auch genießen kann. Für mich heißt das, bei 80-90% meiner Mahlzeiten achte ich darauf, auf Kurs zu bleiben. Und in den übrigen 10-20% der Fälle gönne ich mir, wonach mir gerade ist. Damit fühle ich mich gut, halte einen niedrigen Körperfettanteil und kann trotzdem eine Menge Spaß haben. Und nach dieser Genussmahlzeit wechsle ich dann wieder direkt zu meiner regulären, gesunden Ernährung, die mir auch Spaß bringt und die für mich auch Genuss bedeutet. Der ganz wichtige Punkt ist, du hast, wenn du dich dafür entscheidest, nicht geschummelt. Und es gibt auch überhaupt keinen Grund für Schuldgefühle. Denn genau das ist die Ernährung, für die du dich entschieden hast. Punkt Nummer 3. Feiere smart wie ein Dranbleiber. Wenn du auch während der Feierei smart dranbleiben willst, dann habe ich noch ein paar Bonustipps für dich. Häufig gibt es doch diese Partys, wo jeder was mitbringt. Wenn du auf so eine Party eingeladen bist, dann bring etwas Gesundes mit. Wenn du auf eine Party gehst, bring was zu essen für alle mit. Etwas, was gut für dich ist und hey, natürlich auch gut für deine Freunde. Gesund, lecker und abwechslungsreich geht, geht sehr gut. Beispiel sind Schaschlikspieße mit Salsasauce oder wie wäre es mit Chiliconkane. Beides super Mahlzeiten, sehr gesund und sehr fitnesskompatibel. Bonustipp Nummer 2. Genieße deine Rolle als sonderbarer Fitnessfreak. Es ist völlig okay, Nein zu Kuchen zu sagen, wenn du das in dem Moment gar nicht möchtest. Niemand wird dir das Stück Torte in den Mund pressen und dich dazu zwingen, es herunterzuwirken. Und die uralte Ausrede, Entschuldigung, ich bin leider allergisch gegen XYZ, die funktioniert so gut wie immer, wenn du keine Gefühle verletzen möchtest. Oder du sagst, boah, ich habe gerade was gegessen, ich bin pappensatt, nachher sehr gerne, vielen Dank. Wenn du dich früher vielleicht auch mal leichter dazu verleiten gelassen hast, entscheide dich ab sofort vorher, bevor du dorthin gehst, bevor die Situation entsteht. Überleg dir, was du dann sagst. Du findest eine gute Begründung. Bonustipp Nummer 3. Alkohol ist nicht gleich Alkohol. Wähle also weise. Je nach Getränk kann der Unterschied in puncto Kalorien ganze Tortenstücke ausmachen. Wenn es über den Abend verteilt um ein halbes Dutzend Cocktails geht zum Beispiel, dann macht das den Kohl bzw. deinen Bauch ziemlich fett. Ersetze einfach jeden zweiten Drink mit einem Glas Wasser. Das bringt dich richtig gut voran und du hast am nächsten Tag weniger einen Kater. Grundsätzlich ist Alkohol besser, der wenig Zucker enthält, als Alkohol mit vielen Kohlenhydraten drin. Der Punkt ist der, viel Alkohol bringt dich natürlich nicht voran, aber das, was richtig reinhaut, sind die 1000 plus Kalorien, die du dann essen würdest, wenn du schon betrunken bist. Und der letzte Tipp auch hier, am nächsten Tag bist du wieder auf Kurs. Lass aus einer Nacht, aus einer Party nicht Wochen und Monate werden. Gut, du hast dir einen Abend Auszeit gegönnt. Das braucht jeder von uns mal und das war ja auch Teil deines Plans, oder? Also hol dir Unterstützung von deinem Support-Team und ernähre dich wieder auf Kurs danach. Mit diesen Tipps kann die nächste Feier kommen, verspreche ich dir. Können die nächsten Feiertage kommen und natürlich musst du auch nicht alles von dem, was du heute gehört hast, auf einmal umsetzen. Die Idee ist, dass du dir diejenigen Tipps rauspickst, von denen du weißt, dass du sie ganz leicht umsetzen kannst. Also fang mit einem, vielleicht mit zwei oder drei Punkten an. Probier es aus und du wirst überrascht sein, dass deine Fitnessziele nicht bedeuten, dass du auf etwas verzichten musst. Ich weiß, heute war viel Stoff, deswegen habe ich noch einen weiteren Bonus für dich. Alles, was du hier gehört hast, die ganzen Strategien für Feiertage, für Partys und so weiter, habe ich dir in einem E-Book zusammengestellt. Du kannst das Ganze kostenlos über die Shownotes downloaden und auf deinem iPhone oder wo auch immer für dich mitnehmen und nochmal Schritt für Schritt ausprobieren. Ich wünsche dir viel Spaß, bleib dran und alles Gute. Cool, dass du bis jetzt dran geblieben bist. Falls du Feedback hast zu dieser Show oder Vorschläge für Interviewpartner, die ich in einer der nächsten Folgen interviewen sollte, schick mir eine Mail an podcast.marathonfitness.de Die Shownotes und weitere Infos findest du unter marathonfitness.de-podcast Und da findest du auch Links, wie du mich über Twitter, über Facebook oder über andere Wege erreichen kannst. Falls du diese Folge hörst und noch nicht abonniert hast über iTunes oder über Stitcher oder andere Plattformen, dann solltest du das schleunigst ändern. Die beste Möglichkeit dran zu bleiben ist, wenn du dir diesen Podcast kostenlos auf deinem Phone oder auf deinen Computer liefern lässt. Du kannst ganz einfach abonnieren, indem du auf iTunes gehst und dort nach Fitness mit Marc suchst oder du gehst auf www.marathonfitness.de-podcast und klickst auf Abonnieren. Wenn dieser Podcast dir gefällt, dann kannst du auch was zurückgeben. Geh auf iTunes, gib mir deine 5 Sterne Bewertung und schreib was Nettes. Ich lese das und ich werde dir ewig dankbar sein, versprochen. Der Punkt ist der, mit deiner Bewertung hilfst du, dass dieser Podcast leichter gefunden wird von Menschen, denen diese Infos auch helfen könnten, um ihren Körper zu verbessern, um nackt gut auszusehen. Denn das beste Kompliment, das du mir machen kannst, ist eine Empfehlung an jemand anderem. Also, nochmal auszusehen. Untertitelung des ZDF, 2020